Mein Kunde vor 3 Jahren 2. 2. Ich war doch die auch. Ich war nur anders auf der ganze Woche. Und äh... und äh... Und mehr hätte damit die deutschen Marken schon damals gewonnen. Der liebt der heute. Und das vor 20, 30 Jahren, oder? Nein, nein, das muss ich. Ja, das muss ich. Ja, das muss ich.